Ich versuche jetzt, meinen Kopf zu drehen. Mann! Ich habe eine Ahnung, was ich tun muss, aber... ... ... ... ... Hack Ich verstehe auch langsam, wie sich das Event triggern lässt, also bis das die zweite Reihe irgendwie aktiviert wird, bewegen sich beide Strahlen gar nicht, ja klar, der Typ kann da stehen, aber jetzt ist das Spiel wieder nett, ja super, nein, nein, wenn ich jetzt ein Facecam hätte, könntet ihr auch die Verzweiflung in mir sehen. Ah! 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 Quick Respawn ist ja super, aber leider ignoriert das ja Checkpoints. Ich muss das echt mal wieder umstellen. Ich muss das echt mal wieder umstellen. Ich muss das echt mal wieder umstellen. Fuck. Ich springe schon gar nicht erst. Ich bin schon so fertig hier. Ich springe schon gar nicht erst. Der eine fängt auch erst so mit so einer Stunde Verzögerung an zu schießen. Ich bin jetzt auch einfach nur völlig schlecht hier. Kaum ist das mal alles auf der Seite, schon kriege ich nichts mehr hin. Da hat er einmal den Arsch, Beine, Arme und ein Auge verloren und schon hält man nichts mehr aus. Es geht nicht. Okay. 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 euch. Okay. Okay. Ich hab mich rein. Los ist noch weisz. Das war's für heute. Ich heule gleich, ne? So. Wieso ist hier keine Fahne? Warum muss ich perfekt sein? Es gibt keinen Grund. So. 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 Ah. So. 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 Waspfulness eine andere Masse in der Winter Schraubende ganhar Schraubende Meisten Schraubende